Hallo zusammen, heute mal ein kleines besonderes video und zwar so wie das leben in haarstadt eigentlich wirklich läuft ich zeige euch mal hier meinen freund paul der eisenbahner der hier am bahnhof haarstadt arbeitet und zwar wir machen mal ein paar kleine stunden mit paul wie er sag ich mal in haarstadt lebt wie er zur arbeit geht was er macht und was er tut er schaut bei freunden vorbei er geht vor der arbeit noch einkaufen und so weiter und so weiter lasst euch mal überraschen mit dem besonderen video so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.